Herzlich willkommen zu meinem fünften Let's Play. Lauf geht's jetzt wieder mal. Ja, das letzte Mal ist ja leider das Video etwas vorzeitig abgebrochen. Das lag daran, dass ich Probleme hatte. Jo, und jetzt sind wir wieder hier und jetzt laufen wir mal kurz durch die Welt. Ist dunkel, sehr dunkel immer noch. Jo, ähm, ich überlege gerade. Wir hatten angefangen hier einen Keller zu bauen. Den lassen wir erstmal noch sein. Wir machen jetzt auch mal eine Runde dicht. So. Dann waren wir dabei, Glas zu schmelzen. Sollte jetzt fertig sein. Ach nee. Das Letzte, was wir gemacht haben, das war... Wupp, 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 wupp. Jetzt wollen wir Glas schmelzen. So, und dann lassen wir das mal laufen. So, wir gucken nochmal, ob wir inzwischen noch... Ja, den können wir auch endlich bauen. Den Schredder oder was ist das? So, wo haben wir den jetzt? Wir bauen uns jetzt eine Küche. Schlafplatz haben wir auch für die Nacht in Zukunft. Dann haben wir einen Sitzplatz. Da haben wir schon Fenster. So, ähm... Jo, das Haus wäre jetzt wie gesagt erstmal soweit fertig. Wir können später unser Glas holen. Wir sollten jetzt mal dafür sorgen, dass wir hier mal irgendwo... Anfangen einen Garten zu bauen. Und ein Weg zum Wasser, sowie ein Weg zum... Ein Weg zum... Fällt mir gerade wieder nicht ein. Zum Wald. Eigentlich so. Wir sollten hier... Ja, ich bin der Meinung, hier sollten wir uns sowas reinbauen. So, das heißt, wir nehmen erstmal unsere Erde hier weg. Um unseren Weg zu bauen. Wir wollen hier so unten, da hinten abbauen. Und dazu müssen wir hier jetzt auch ein bisschen Platz schaffen. Wir nehmen jetzt... Ach, was sonst... Ich würde gerne Grübel nehmen, aber wir müssen uns erstmal hier auf Eichenholz brettern. Lapp, blup blup. Lass mal fest die Nageln. Der Diät ist leider gerade nicht anders. So. Und jetzt gucken wir mal. Eins, zwei. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Äh, eins, zwei. Leute, 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 was tue ich? Epo Gacke. Jetzt bauen wir den hier runter. Auch wieder falsch. Irgendwie habe ich es heute mit dem falsch bauen. Was mache ich denn da schon wieder? Na, jetzt reicht es aber. So, nochmal weg. Und wir hängen immer mit der Seite ins Wasser. So. Und da bauen wir. Da bauen wir gar keine hinwohnen, glaube ich. Sondern wir bauen uns ein Steak. So. 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 Gleichzeitig. Mal nochmal rein. So. 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 mal schön mit dem Boot. So. 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 Bootfahrer, die hier ist lustig, eine, hier haben wir ein Steak, der Pool verlassen, super, freien wir gleich ins Wasser, da wollen wir später nochmal was hin, so jetzt geben wir uns ein bisschen, wir brauchen Trinksteine und wir brauchen Trinkholz, wir brauchen Eichenholz, um uns ernähren zu können, ich geh mal schnell los, noch mal schnell etwas Eichenholz, klar, wie gesagt mit dem, und das sind wir installiert, aber geht das ja eigentlich rechtlich schnell, so, wie ihr seht, das geht ganz ruttig, der Zeit können meine Fenster da fertig werden, wo geht das hier nicht, ne, geht doch, so, dann werden wir uns bei den Nachbarn nämlich ein bisschen Ernährung klauen müssen, damit wir da Stück für Stück was zu essen hinkriegen, die sagen, dass das dort auch eine Weile, die soll uns mit springen, nur noch nicht jetzt, aber wir werden dann nächstes auch mal eine Tierfarm anfangen zu machen, das ist eine Hühnerfarm für Eier, da brauchen wir allerdings noch ein bisschen Platz für, weil ich weiß noch nicht, wo ich die alle hinstelle, jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass wir unser Bio-Essen kriegen, ja ich eben, ähm, und so weiter, das heißt also, wir brauchen noch Eisen für einen Eimer, ich glaube wir hatten noch gar keinen Eimer, ähm, ne, wir hatten auch noch keinen Eimer, ähm, wir müssen uns aber, wie gesagt, erstmal ein bisschen Holz fahren, die sieht ultra ein bisschen schnell, Leute, seht ihr das, ich kriege hier fett Holz zusammen, also, der Motor ist geil, den, will ich euch das nächste Mal zeigen, oder, so, äh, welcher Motor ist das, können wir eigentlich gleich machen, ähm, leider bin ich falsch, nochmal kurz machen, und, wie ist er, ähm, der oberste, der zehnmal, der funktioniert leider nicht, das ist eigentlich nur für die Zehnervision, äh, der zweite unten, ähm, der tricopper, oder so ähnlich, ähm, das ist der Ort für die Bäume, der ist einfach gesund, und, ja, wie gesagt, das haut richtig rein, also, das geht ganz schnell, dass man da diese Steine schon zusammenkriegt, so, und warum machen wir das hier hin, in dem Keller, ja, machen wir in dem Keller gleich, wir gehen mal kurz spannen an bei den Nachbarn, wie groß die das gebaut haben, damit ich so einigermaßen, wie es, was ich da so auch reinhauen kann, wir hatten ja bestimmt ein paar Felder, jetzt Wasser, so, wir haben rein theoretisch gesehen, haben sie, zwei, drei, also, eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, zwölf, dreizehn breit, hm, dreizehn breit und dreizehn lang, und ich guck mal, vor dem höre ich dann noch zu arbeiten, so, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. So. 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 2 Felder. So. Hier ist das Wasser. Weiter rein jetzt. Aber nochmal 2 Felder. Waren wir nochmal Wasser? Waren wir nochmal Wasser? Waren wir hier erstmal dort werden? Und hier auch da sind. So. So. Drei. Wasser. So. Dann haben wir hier Wasser. Und hier Dirt. Also Dreck. So. 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 werden soweit fertig haben, naja fast zusammen, hier wird unsere Fratzenfarmen endlich Essen noch zwischen Komposer ich kann mal schön aufbauen mehr ein Mami ich kann mal richtig schön farben nachher Freizeit sind das für alle da waren was soll ich jetzt zur Seite, dann konnte ich das hier nochmal tun und eigentlich auch wenn wir ja nicht so viel haben müsste ich das auch bei den Wasserflächen tun aber da muss ich nicht so hoch gebaut werden sondern einfach nur eine Etage so damit das Problem ist bloß das sieht so aus als würde das ja nicht reichen so hier unten sitzt ja keiner da wo man es sieht kannst wenn wir schön gerade hoch gebaut sind und wir machen das nachher wie so zu also wir sind fast in der Ebene das wäre jetzt erstmal mein Schöner Feld Schöner Feld? Schöner Feld so jetzt machen wir unbedingt ein Puppe Eisen ich brauche unbedingt jetzt erstmal Eisen ich scheiße jetzt auf das Boot nervt das ist aber tierisch irgendwo habe ich Eisen gesehen ich brauche Eisen, Eisen, Eisen also ich bin schneller zu Fuß als mit dem hässlichen Boot glaube ich das ist eine scheiß Erfindung in Minecraft wo Eisen ist das Kohle hier ist Eisen hier ist auch Eisen hier ist auch Eisen 6 oder so brauche ich ja reicht reicht für den Eimer ja reicht vollkommen aus ach da haben wir reicht für den Eimer ach was ja Kohle brauchen wir noch wir müssen ja nochmal ein bisschen was einschmelzen und deshalb nehme ich die Kohle mit Kohle Kohle kann man wie gesagt habe ich schon mal gesagt nicht genügend an sonst muss man sich Kohle bauen sonst muss man sich Kohle bauen wenn man so ein Holz verbrennt das ist aber wieder ein Thema aber jetzt kann man auch nicht genug haben Kohle haben wir jetzt 15 nehmen wir die noch mit so und das heißt wo dann die Kohle äh äh das Eisen geschmolzen wird ähm wir werden einfach den Steak demnächst noch weiter rüber bauen was soll denn ähm hier du gehst mir die Glasplatten und dafür kriegst du Essen so mal die Glasplatten nehmen so mal die Glasplatten nehmen oh okay hier habe ich viel Material so ich denke mal alles hier drin was wir gerade nicht brauchen so die Kohle könnte man eigentlich bis Gettner hier rein schieben so irgendwie nicht 5 mal 6 draus so was sollen machen wir uns denn 1 mal 1 mal hier das hat sogar nur 3 gebraucht ähm 10 mal richtig als Eisen äh so dann können wir nach draußen noch eine Truhe hinstellen ja haben wir da wo ist die Werkbahn wo ist die Truhe hin da nein das ist die Werkbahn such die Truhe hm da ist ein bücheliger ah Truhe äh verplanken ja so klar dann ist die Truhe bei Truhen die könnten wir jetzt lalalalalala das mal hier oben hin stellen so können wir dann das drin packen die drin packen hm und jetzt zurück keine panik auf der dynamik was das für alle da und weiter jetzt und wieder hoch und weiter jetzt so viel einmal wasser vielleicht doch mehr eimer bauen und die nacheinander füllen und runterlaufen der vorteil ist dass ich dann da oben einfach oben rausnehmen kann das ist eigentlich eine unbegrenzte quelle werden könnte das wichtigste fluss bei unbegrenzten quellen nehmen wir nicht mehr vom anfang weg sonst sind sie leer weil dann sind sie nicht mehr unbegrenzt äh lektet gerade irgendwie bis hin Das tut gerade wieder dunkel. Wir beeilen uns, wenn wir jetzt so weit fertig sind, dann wird die Sessel jetzt klein beendet von mir. Für heute. Ups, oh Witz. Weiß ich nicht, wir laufen. Da ist zu wenig Wasser drin. Wo klappt denn der? So. So. Und. Zack. So. Füll anzeigen ist gut. So. Dann einmal entsorgen. Den stehen wir mal wieder darin. So, jetzt gehen wir mal bei den Nachbarn was zu essen klauen. Boah, satt, 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 satt. Satt essen, satt, satt. So. 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 Ich weiß nicht, es kann liegen bleiben. Aber wir brauchen mindestens. So. Da ist auch noch was für sich. So. Gib mir mal Marscheln. 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 Marscheln, Marscheln. Ich weiß nicht, ich kann nicht sehen. Ich konnte aber mal sehen. So. Da ist auch noch mehr. So. Sicher nicht, ob die automatisch neu anpflanzen. Wenn ich die jetzt geklaut habe. Oder ob sie jetzt einfach verhungern werden. Ähm. Das werden wir dann sehen. Ansonsten gehen wir das später wieder. Also. Wir können ja später wieder hin. Wir nehmen ja auch nicht alles mit. So ne bösen Menschen sind wir nicht. Ne. Wir lassen die da noch ein bisschen. Und jetzt können wir ja später nochmal nachpflanzen. So. Machen wir noch Marscheln. Bisschen nicht fertig. Okay. Gibt ja noch was. War schon Blödenhallo weg. Yep. So. He. Manche. Ne. Das könnte wahrscheinlich gut. He 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 he. Dann gehen wir hier nochmal mit dem Rasenmäher rüber. Dup. 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 Lup. Wie gesagt, das ist das wir den. Ich brauche nur erst mal, dass wir hier anfangen können selbst anzupflanzen. Hm. Und wie gesagt, wir beenden das Let's Play gleich. Also ich habe einen YouTuber gesehen, der freut sich immer auf eine Märche. Ein paar von euch werden ihn kennen. Das geht jetzt los nicht. Oh, I'm not laughing. So, und so ist es aber so. Oh, das ist so klappig. Ich freue mich das ab. So, so, so. So, so. So, so. Leck das gerade so sehr hier. Na gut. Zack, zack. Jetzt hier sind es doch. Ja, das war jetzt wieder nicht. Wir sind. Und spät waren eigentlich. Ich will erstmal noch mehr. Ich bin bei den Fenzen. 3 haben wir noch. Die passen genau darauf. Jetzt gut ist. Wie gesagt. Wir können die jetzt nachher zurückgeben. die wir im Endeweg nicht mehr brauchen. Also wir pflanzen uns Möcheln an. Und dann Sütze. Was? Wöcheln Sütze. Die brauchen wir nicht. Weizenkörnen. Nehmen wir mal. Unbedingt noch rauskriegen. Wo ich Grote Beete herkriege. Die brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend. So. So. Das Länge. Und schnell wieder. Zack, zack. Das Länge. Das Länge. Das Länge. Das Länge. Okay, dann. Dann machen wir hier noch. Zack, zack. Zack, 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 zack. Jetzt kommen wir hier. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das hier kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Also mal gehört. Da müssen wir unbedingt noch Licht dahin machen. Machen wir es mal. Ganz einfach. Eine Kartoffel. Ahm hier. jetzt sehen müsste reichen für licht sparsam sein halt klar leute so ihr habt gesehen der brotstück ist fertig der garten ist fertig wir haben die fenster eingesetzt wir haben die fenster eingesetzt und wir haben einiges jetzt erledigen können so wir machen hier schnell noch ein bisschen schön aussieht und dann wie gesagt haben wir heute ich werde jetzt gleich eine runde schlafen gehen, in der Zeit lade ich dann heute dieses video noch schnell hoch und ich wünsche euch also einen wunderschönen abend noch aber ich gehe wie gesagt gleich ins bed gut wir sehen uns dann bei der nächsten let's play folge von wir erstellen uns eine eigene welt vergesst nicht in den kommentaren mal was reinzuschreiben und ja ihr könnt mich abonnieren wollte ich noch sagen ihr könnt mich wie gesagt abonnieren und dann seht ihr alles andere was hier so dann ja ab geht's alles doch bis danni, ciao, ciao, ciao oh oh oh